Hallo, in dem heutigen Video greifen wir auf den Video zurück, wo wir sportlich viel mitgemacht haben. Darüber gehört, dass zum Sport auch die mentale Fitness gehört. Und heute geht es um den Clevermove plus den Test, Bewegungen mit Koordination, mit Denken kombinieren. Dafür haben wir einen Challenge gesagt, den nennen wir Fit-Lessk-Smart. Hier unten kommen Erklärungen, wie die Bewegung geht, dann, wenn der Schlüssel lösen sollte und die Bewegung herzustellen und dann, dass ein Kreuz an dem Boden liegt, aus allen Positionen für die Bewegung richtig zu machen. Und den Challenge könnt ihr ganz entschliessen. Da habe ich mal probieren, DBC ganz durchzukriegen. Beim F wie Fit, beim L wie Lesk, aber beim S wie Smart, geht die Ausgangsposition geweselt. Es wäre ja flott, weil wir hier noch 26 Videos hätten, auch für alle Buchstaben, die von einem anderen Gesicht, an dem Video herkommen. Also eine Challenge gilt doch für uns zwei Sportler, Ralf Allorant. Komm mal gucken, wie man hier kriegt. Viel Spaß! Bei der nächsten Fitnessübung geht es darum, die Herzl trainieren, also ein bisschen an der Ausdauer zu schaffen, zu mobilisieren, an den Kappmann zu schaffen, für fit zu bleiben. Das heißt, wir brauchen zwei Lumpen. Ich habe zwei Späulumpen, falte ich in eng und da liegt ein Kreuz an der Boden. Dann haben wir vier Felder. Eins, zwei, drei, Feuer. Und ich erkläre euch nicht, wie die Übung geht. Das ist am Anfang mein einfacher Schritt. Wir drehen jetzt längs. Wir stellen eins. Längshand und Falte. Dann auch jetzt auf der Platz. Eins, zwei, drei, Feuer. 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 Okay. Also den Kletzchen halten wir heute bei. Wenn wir die Füße hier drauf setzen, können wir eine Zusatzübung dabei. Einmal den rückenden Arm. Einmal den linken Arm strecken. Einmal die zwei Arm strecken. Okay. Wir machen ganz los. Hier, nur vier Rirzenern. Kletzchen. Hier, Lenkernern. Vier Kletzchen. Zwei Arm. Kletzchen. Einmal am ganzen Durchgang. Wenn ihr die Füße hier übt, werde ich am Anfang nichts kompliziert. Im Rirzener, ich stelle mich halt längs und ich habe gesehen, dass ich alles herum habe. Dafür möchte ich etwas platzen. Dann probiere ich am Anfang einfach den Schritt zu machen und zu klatschen. Beispielsweise kann ich noch ein ABC dabei machen. A, B, C. Also weiter büße ich das ganze Alphabet durch. Natürlich kann ich von dieser Position üben, auch noch von den anderen Positionen. Reicht du noch, setz nicht den Arm dabei, allgemein schnell an der Vitesse. Viel Spaß beim Probieren. Das kann auch sein, daheim, an der Ritz, dann als der Fuss geht links, vier, vier, auf Platz, und selbst. Linken Arm, Ritzel Arm, zwei Arm, und klatschen, wenn ich hier heimse. Linken Arm, klatschen. Ritzel Arm, klatschen. Zwei Arm, klatschen. Links. Klatschen. Jetzt. Klaaschen. Jetzt setzen wir eins in den Dohem, links vier. Dann als der Fuss den seitlich schief handen, ganz am Handen, und dabei könnt, setzen wir den Arm dabei. Jetzt. Klatschen. Links. Klatschen. Zwei. Klatschen. Jetzt. Klaaschen. Klaaschen. Kommen wir zu der vierte Variante. Ich stelle meist vier Ritz, da das leisen wir heim. Hier geht einmal geklaascht. Geht nun links, links Handen, Handrünn, Hand zurück. Hande längst, geht wieder durch die Ritzel Arm, dann noch die Längsten Arm, dann noch die Ritzel Arm, dann die zwei Arm. Wir machen jetzt zusammen, Lenken Arm, klatschen. Jetzt in ihrem Klatschen, in ihrem Klatschen. Kommen wir nun zu einem Challenge, ich weiß nicht, ich denke 4. Von A bis F wie fit stellen wir uns längs vorne. C, D, D, Fins. Dann von G bis beiden L stellen wir uns vorne jetzt. L wie Lask, fangen wir an G an. G, H, I, J, K. Lask, L. Dann immer viel längs stehen. Wir holen Buchstaben M bis S. S, Smart, Clever, so wie die von diesem Projekt Clever Move Plus. Fangen wir an M an. M, N, O, P, N. Du, R, S, Smart, S. An viele Schlüsse stellen wir uns vier längs. Von T bis Z, der Schlüsse vom Alphabet. T, U, V, V, B, X, Y, An. An, zack. Voilà. Hallo, es wird uns. Probiertert, ob man es zu gut zum Erfüllen ist, von nichts zu gut besser. Bis zum Erfüllen ist. Bis zum Erfüllen ist. Untertitelung des ZDF, 2020